Herzlich willkommen beim ambulanten Pflegedienst A-Medicus in München. Familienwerte und Tradition sind uns sehr wichtig, daher besteht unser Team überwiegend aus Volksdeutschen mit Migrationshintergrund. Unter dem Motto Integration statt Assimilation ist A-Medicus ihr zuverlässiger Pflegeprofi mit muttersprachlicher Versorgung in über zehn Sprachen. Ob Grund-, Behandlungs- oder Verhinderungspflege, das hochmotivierte und bestens aus- und weitergebildete Team steht Ihnen kompetent und einfühlsam rund um die Uhr bei der Bewältigung des Alltags zur Seite. Unser Service umfasst darüber hinaus die Unterstützung bei allen behördlichen Angelegenheiten, wie zum Beispiel Anträgen an Kranken- und Pflegekassen, den Sozialämtern, dem Vorbereiten und Durchführen von Pflegegutachten. In einem ausführlichen Erstgespräch berät Sie gerne persönlich die Pflegedienstleiterin Anna Arzt. A-Medicus, denn jeder Mensch hat das Recht, auch in Krankheit und im Alter daheim zu bleiben.